Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog mit mir. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso ich so ein bisschen zerstört und erschöpft aussehe, ich war ja gestern den ganzen Tag in München und das könnt ihr euch nochmal anschauen, das Video ist in der Infocard verlinkt und auch in der Endcard. Und heute habe ich eigentlich noch nichts großes vor, außer dass ich mit meiner Familie essen gehe. Bis zum nächsten Mal. So Leute, ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Es war eigentlich ganz okay. Jo Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll, also frag ich jetzt euch mal auf Instagram für ein Q&A. Hey, da kann ich kommen. Hi, hey. Ja, hi, hi. Hi, hey. Okay, okay, geil. Direkt gegen mein Gesicht, finde ich pervers. Woooh, 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 ouh, wooOH, demieido. . . . . . . . . .